Und damit herzlich willkommen zurück zu jetzt mal mehr FPS und unturned wieder mit Kirschi und Freddy immer noch in der gleichen Aufnahmesession und wir haben uns mal ein bisschen das Inventar entleert und haben jetzt eine neue Mission und zwar werden Kirschi und ich losfahren und eine Handsaw besorgen Ich komm mit Achso du kommst mit Fahr bitte mit dem zweiten Auto Bitte fahr mit dem zweiten Auto Soll ich das Medi-Kin-Fiona droppen? Ich mach einfach nicht Ich meinte jetzt eigentlich Freddy soll mit dem zweiten Auto fahren aber ok Achso Ok Ich fahr mit dem zweiten Auto Ne ich fahr mit dem zweiten Auto Ichi Was machst du da? Mitfahren Achso Achso Ich dachte ihr klaut mein Ich wollte das Poliziauto haben Ich will die scheiß Das ist meins ich hab das besorgt Ich hab kein Ah Ich hab kein Gascam mit Freddy besorgt mal bitte ne äh Bring mal bitte ne Gascam mit Scheiße Ich hab auch Sonderwünsche haben jetzt Jetzt musst du erst mit dem Dreckswagen fahren und Gascam mitnehmen Ja damit wir noch einen besseren Wagen holen können Wenn du in echt auch so fährst dann werde ich kein Beifahrer von dir sein Von mir? Ja wenn du echt auch so ohne Licht fährst in der Nacht Mach ich ja auch immer Kisch Heul doch man sieht die nicht mehr Was bist du für'n Noob Ja der überleben will Ok wir fahren jetzt erstmal zur nagelneuen Stadt ne Scheißen auf diese Stadt hier Ich hab eigentlich gedacht wir fahren zur Military aber Ja danach Direkt danach Ich will halt einmal alles durchgucken Hey Krankenwagen Krankenwagen ist ja 10 Minuten vorbei Dann fahrt ihr zur Neustadt und ich fahr zum Military direkt Weil die ist ja davor Ja Ich brauch langsam wieder ein Equipment für meine Waffe Ich will meine Waffe aufwerten Ja deshalb geh ich in die Military Damit ich meine Waffe aufwerten kann fährst du in die Military Oh Gott wieso ist das so hell Ich hab meinen Taschen dabei gemacht Weil ihr zu zweit seid und dadurch eine ganze Stadtsteuer looten könnt Und ich geh dann alleine in die Military Ok Hast mich überzeugt Ja Gut Kirschi bitte lass das sonst fahr ich gegen den Baum Oh Gott danke Der Wagen ist richtig scheiße Ich weiß das total langsam Nimm ein Humvee mit wenn einer da ist Ich will wieder einen 72 kmh Wagen finden Der ist nicht selten das ist dir hoffentlich klar Der Humvee ist seltener Selten ist aber der äh Denkst du nicht Weil es ein Militärwagen ist und weil er einfach besser ist weil er viel mehr Benzin hat Was brennt da? Oh mein Humvee brennt noch Oh Cool Warum liegt der jetzt hier? Komm mit Der lag die ganze Zeit da Mein Netzwerk stirbt so ein bisschen hab ich das Gefühl Ja meins inzwischen auch Meins nicht? Kirschi du hast ne Lampe ne? Ja Oh bitte löscht ich seh nichts Ah Oh Gott Tschüss Da liegt ein Worker Light Ok lass uns die erstmal hier raus locken Komm zurück komm zurück komm zurück Wölft Magazine Hier ist doch gar nicht richtig gespawnt glaube ich Bei uns schon jedenfalls jede Menge Zombies Pass auf Ja Mit Zombies hab ich hier auch Ein paar aber nur Wir hatten jetzt grad so 10 Da liegt noch ein Worker Slide Wir brauchen Unbedingt dass ich mehr austaube Das ist mega nervig Oh Gott Oh ich hab ein Holocite Holocite ist natürlich chillig Aua Ja Ich will irgendwie mal wieder ein Magazin Äh Schalldämpfer oder sowas finden Soll ich mal ein Camlight werfen hier? Ja bringt eh nichts Oh Äh Hier liegt ne Maplestrike Army Klamotten Äh ne Waffe und arme Klamotten Das ist ne Maplest Achso Doch das bringt was Ne recht geile Waffe ist ne Maplestrike Ne recht geile Waffe ist ne Maplestrike Äh ich komm nicht die Treppe runter denke Okay Oh hi Geld Ja warte ich komm schon Ich brauch noch ein paar XP Hinter dir hinter dir hinter dir Andere andere Brauchen wir euch noch einen Rucksack Weil ich hab ja nur einen Was für einen? Äh Hm Travel Äh Kirschi was hast du für einen? Ich glaub Kirschi hat auch einen Travel Ich hab auch ja Ein Butcher Knife Das ist auch neu Oder? Ja ist wahrscheinlich mit nem Butcher gekommen ne Mit nem Butcher? Ja der Laden mit dem Essen äh mit dem Oh ich hab noch einen Coyote Ich hab noch einen Moly Carrot gefunden Äh Kirschi hat keinen Coyote oder? Ne den hab ich jetzt mitgenommen Ja das ist gut Äh der Der Fleischladen Der Fleischer der ist auch neu Und das Und das ist ein Butcher auf englisch wahrscheinlich Ich wusste noch nicht dass der Fleischladen neu ist Ich dachte den gab's schon Oh alter dreimal civilian bullet Geil Aua fuck Ich hab raw venison gefunden Oh fast gestorben alter Äh Ich ähm Hier liegen Batteries Was kann man mit Batteries eigentlich anfangen? Raw bacon 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 Wo bist du? Hier ist übrigens das schnelle Auto Ich hab dort Timberwolf Nice Hi Oh mein Gott Und ein Reddard Reddard hab ich auch schon dabei Reddard hab ich auch schon dabei Hier liegt ein Licht Animal Pelt Ja den war ich schon Ah ja wir müssen absprechen in welche Häuser wir gehen am besten Ja ich geh mal in das Gegenüber vom Ok ich geh in Gas und dann in das da Gegenüber Ich glaub ich hab Kirschis Purple Berries gefunden Ich hab ein Katana gefunden Nimm's das macht One-Hit Hier ist eine Gas Can Äh Apple Juice Hier liegen ewig viele Slugs rum Das ist gut nimm mit Und auch noch ein paar Bugshots Nice Ich hab ein Gas Can Ich muss mich immer beschweren wenn ihr irgendwas findet Was? Ich muss mich immer beschweren wenn ihr irgendwas findet Was? Ich müsste es gar nichts haben ich würde es grad mal kämpfen Ja genau Ich hab ne Nose gefunden scheiß drauf Der Stacheldraht gefunden Wuuuuh Äh wir haben übrigens ein neues Auto Wir haben ein neues Auto Wir haben ein neues Auto Nice Ah Hi Zombie Gib ihn mir Ach man Sorry Das ist übrigens das schnellste Auto was es momentan gibt Das fährt 72 kmh Warst du hier in dem Haus schon drinne? Hinter dir kommt ein Zombie Hinter dir kommen zwei Zombies Au Gott wie nah sie schon waren 28 Leben noch Äh hier liegt noch ein Col Sechs mal so Und brauchen wir ja nicht Ich hab richtig viele Swift Magazine Batteries kann man doch irgendwie sicher in die Handtaschenlampe bedingst rein tun da Ich weiß nicht die Taschenlampe ist eh unkaputtbar Irgendwas kann man dann bauen Ich glaub ne Headlamp konnte man dann bauen Da braucht man irgendwie ne Taschenlampe Ich hab keine Ahnung Ich hab ne Taschenlampe Wir brauchen einen Generator dringend Ja Hier oben ist ein Fernseher Freddy du hast einen Timer gestartet ne? Ja klar Gut hier liegt noch ein Napsack Taktik vielleicht Taktik vielleicht Äh Swift Magazine brauchen wir nicht ne? Die sind nicht voll scheiße Naja wir haben dann gute Munition für Waffen Wenn wir keine Munition mehr haben Äh Kishi kommst du mit? Ja Ja Ich komm mal Ich skill mal kurz Ich hab nämlich schon wieder 127 Punkte Ich hab auch wieder 30 Punkte Weil ich eben grad auch schon wieder 37 investiert hab Ich hab noch 77 dann skill ich nochmal eine in Endurance Und eine in Immun Ich bin jetzt übrigens übertrieben geskillt schon Okay Und? 38 Leben 20 Leben Kann ich auch noch mitnehmen Boah war das grad ne Reaktion alter Boah ja Ja Umgerillt totgeschlagen Trotz der geht... Ich guck mal in die Post rein Ja Ich bin ein Zombie gehört Ich bin ein Zombie Ja da ist er Crap Metal liegt hier Äh hier gehts übrigens noch weiter fällt mir grad auf Und ne Rope Ich nehm die Rope mal mit Wohin gehts hier weiter? Wo wie? Hier ist ein Weg Den hab ich noch nie gesehen Ich hab alles gefunden und ein Hammer aber ich kann beides nicht aufheben Ich bin voll Und ein Construction Helmet Ja nimm den mit Ich hab meinen Helmet Und voll Warte mal ich leg mal die Batteries hin Äh Kirschi komm mal kurz mit bitte Ich hab Angst Ja ich komme Wo bist du? Hier Ach das bist du Der da so leuchtet Ich bin zwölf mal Zoom Mega geil Äh ich bräuchte übrigens nen Zoom Freddy Ich hab ja ne Sniper Ja ich hab ne richtige Sniper Ich auch Die Timberwolf mit 8 Schuss anstatt nur Äh welche Munition verwenden sie? LAPUA LAPUA ja stimmt Äh ich hab noch ein Automagazin Ich fahr jetzt mal zurück Wohin gehts hier weiter? Frag ich mich auch Ich hab Angst Äh Hier ist ein Campingplatz Und da ist ein Ding Ein Coyote Pack Oh cool Äh Kirschi hat ein Coyote Pack Ja ich auch Ja ich auch Für Kirschi Ne du hast was größeres Ja aber ich hab noch ein Dings für Kirschi gehabt Achso dann schmeiß ihn weg Dann nimm du das Coyote Ich hab das Coyote schon Fahr nochmal kurz zur Dings Äh dann warte dann muss ich meinen ablegen Hier ist ein Zeltplatz Gut dass wir hier mal geguckt haben Weil den kannte ich noch nicht Da war ich schon Bei der neuen Stadt warst du schon bei dem Zeltplatz? Ja Oh Joti komm her Äh hier ist noch Cloth Zweimal Und ne Äh ein Colt noch Ich hab einen Atotracer gefunden Falls ihr euch übrigens fragt warum ich immer die Waffe ziehe Ich hab nochmal den größten Rucksack Den nehm ich mal mit Ja den nehm ich Shotgun meiner Kirschi möcht ihn ja gar nicht haben Ne Kirschi Kirschi Du kannst einfach den Den Rucksack über deinen Rucksack drüber ziehen Dann hast du alles drin behalten Oh Kirschi hat sein Kirschi hat sein gesamtes Das hab ich dir letztes Mal gesagt als wir gespielt haben Kirschi Ja das hab ich vergessen Er hat sein gesamtes Inventar einfach rausgekippt Ja aber die auch wenn ich Kirschi wäre Oh Gott das ist so dunkel Ich hab meine Brightness auch ganz runtergestellt Meine Brightness glaube ich Ich weiß gar nicht ob ich die Brightness da überhaupt beeinflussen kann bei dem Spiel Weiß ich auch nicht aber ich hab die vom Bildschirm her runtergestellt Ich hab ja ein Fernsehbildschirm Oh ich hab einen Gilly gefunden Kirschi Was ist das? Äh die Karte Ach ein Gilly Suit Ja 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 Ist mir bekannt Dann kann ich gleich wieder droppen Muss ich aber irgendwas dafür droppen Brauchen wir den nicht Ich find den Gilly Suit hier aber nicht so geil Er sieht nicht so cool aus Ja ich hab genug zur Frage sind Ich wollte nämlich eigentlich meinen Helm behalten weil der schon leuchtet Hehe hell Ah oh mein Inventar hat sich selbst wieder richtig angewandt Ähm hier liegt nur eine Maple Strike Und DuckTab Wir können uns einen dritten Dingens bauen Kirschi du hast nicht huuuhu gesagt Wuhu Guter Junge Weißt du was ich hebe jetzt auch die Waffen die ich finde auf und schieß die einfach leer Einfach weil wir es haben Ja Ein Handjuck Warum Was warum Wenn sich schwitzt Warum Weil es heiß ist Warum Klimaerwärmung Wow Hau 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 Bisschen lächerlich einfach Lächerlich Lächerlich Ich becher mich weg Barkeeper raus was in deinen Bechern steckt Was Seed Fan Äh Äh Klar ein Seed Fan Man muss ein Seed Fan sein Seh ich aber auch so Seh ich aber auch so Seh ich aber auch so Lächerlich Ich siehst gar nichts Was Du siehst gar nichts Ja ich bin kurzsichtig Hab zweimal keinen Cola Gott wie komisch Kirschi mit Brille aussehen müsste Äh ich hab Bilder davon auf Facebook Hab ich noch nicht gesehen Ich hab ja auch mal ne Brille getragen Ich hab ja auch mal ne Brille getragen Ja Facebook ist tot Ja ich hab's eh gelöscht Fast Nicht Ja ich hab nur noch noch Freunde drin Ich hab von ursprünglich über 200 jetzt irgendwie nur noch 20 Freunde oder so Weil eigentlich müsste ichs ganz löschen aber das ist ja irgendwie nicht machbar Tusch wo bist du hin? Ja ich bin hinten rechts in den Häusern Also vorne rechts eigentlich Einstellen und Facebook Account deaktivieren Hier ist immer noch der Golf Club Mein Golf Club Ja Wow Aus der ersten oder zweiten Folge Erste ne? Glaube Gehen Oh ja ja geil Oh ja Geil Oh ja Ich zitter übrigens Man kriegt übrigens keine Erfahrungspunkte wenn man äh Denkst du da fährt Das hab ich grad ausgeschenkt Ich hab ihn totgeschlagen Nur für die Leute die Einfach ausstecken und totgeschlagen Ja nochmal Kirschi wo bist du? Was machen wir uns? Ich bin beim Auto An welchem? Bei unserem glaub ich Das steht neben der Tanker Warum sollte ich jetzt eigentlich zwei Oder Benzinkanister mitnehmen? Ich bin doch sowieso schon jetzt zuhause Weil du noch ein Auto mitnehmen solltest eigentlich Wolltest aber keins mitnehmen Ja hier liegt noch ein Coyote Bag Der Coyote scheint nicht mehr so selten zu sein Ja Hier liegt noch eine Leiter Kannst du bisschen Raw Vaneson nehmen? Ja ich hab noch Platz Ich kann Leg dir mal hier ein bisschen hin Waffe ist näher Waffe weggeschmissen Hier liegt Bacon Wo? Hinterm Auto Ja warte doch mal Ich bin hier grad noch mal looten Junge Wir haben die halbe Stadt noch nicht gelootet Oh hier liegt ein Winchester Clip Ich fülle jetzt erstmal kurz das Auto auf in der Zeit Das ist aufgefüllt Achso das ist schon 99% Wir könnten höchstens den Polizeiwagen nochmal auffüllen Wir könnten höchstens den Polizeiwagen nochmal auffüllen Aber den brauchen wir nicht auffüllen Weil wir Dingens äh Gas Tanks bei uns zuhause haben Ja schön Hier liegen ohne Ende Shotgun Scherfs Also fünf Stück eigentlich nur Aber Wo 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 wo? Man macht übrigens zwei äh military bullets für einen Nasenmannatrien Ich bin fast tot Wo bist du ruhig? Ich muss dich hier schützen Ähm bei dem Wachtturm Wo ist der Wachtturm? Ach man am Anfang der Stadt Wo ist der Anfang der Stadt? Hinter unserem Auto Hinter unserem Auto Oh Einfach erschießen Alter Womit hast du es eigentlich verdient zu leben? Ah nicht mal Nee dafür glaub ich mir jetzt das Auto Ähm Freddy warst du nochmal in unserer alten Basis? Nee Ich bin einfach nach Hause gefahren Gut da fahr ich jetzt nämlich hin weil ich äh Will zur Pharmacy und gucken ob wir da Von mir Du kannst mit dem Polizei heute hinter kommen Wo ist das? Oh Kirschi du weißt nicht wo wir geparkt haben Nein Außerhalb von der Stadt Bei unserem ausgehörbrannten Hamvi Aha Zombie Wo? Plötzlich hinter mir Du hast eine Orientierung wie ein Stück Scheiße ne? Ich bin tot Wo bist du? Wo bist du? In der Stadt gestorben Dein Ernst jetzt? Weil plötzlich von unten so ein Scheiß Drecks Zombie kommt Der da lang kriecht den ich nicht sehe Dann hör ich den plötzlich Krieg drei Schläge ab und bin tot Wo bist du gestorben? Auf dem Weg äh zu der Hauptstraße wo du raus bist Ach da du bist auf der Hauptstraße gestorben dann sag das doch Ja jetzt bin ich bei der Military Ja dann komm zu den Dingen hin ich save deine Sachen so lange Danke Super Gut dass Kirschi nicht skillt Kirschi du darfst niemals einen Zombie töten Wir verlieren durch dich sonst Punkte Ja ich hatte auch schon geskillt Alles wieder verloren Ich bin echt der einzige der hier noch nicht gestorben ist Und ich bin durchgehend bei höchstens 10 HP oder sowas Du bist aber auch schon oft genug gestorben bevor wir das Let's Play gemacht haben Ja bin ich echt Da bin ich zum Beispiel nie gestorben Ja ich bin echt vorher bin ich andauernd gestorben Erstmal eine Cannon Cola trinken Warte was ist die Beschreibung von Cannon Cola? Carbonate Sugar Water Ok Finde ich gut Warst du auf dem Wachtturm drauf? Ne ne? Ich? Ich? Ja Kirschi Ne war er nicht hier oder willst du mich noch einen Reddots Ding ans Den brauchen wir ja nicht Freddy hast du einen Zoom für mich mit? Also du hast einen 12-fachen gefunden hast du gesagt ne? Naja ich hab einen 20-fachen der auf der Timber ist Ja ich weiß Du hast aber gesagt du hast einen 12-fachen gefunden ne? Ne ich hab gesagt ich hab einen 6-fachen gefunden Ich bin am Airport Oh Gott ich hol Kishi ab Viel Spaß Äh ne ich kann sein ich kanns nicht machen Ja das wär doof Kishi töte dich Töte dich Dann kannst du deinen Zuschauer mal den äh den Suicide vorstellen Du hast in deiner eigenen Hand Jeder ist zufrieden Okay Eigentlich nicht Eigentlich nicht Eigentlich nicht Eigentlich nicht Da war noch ein Tackler dann meine Dings dran Gut dass ich noch Vanish dabei hab guckt Weil ich bin am Vorhungern schon wieder Du willst ja einen auf Sniper machen ne? Ich lass gerade einen riesigen Berg auf Ich lass gerade einen riesigen Berg auf Dann packe ich auf meine ähm Maples Strike ein anderes Visier drauf Wo zum Ne du hast doch die Sniper jetzt Ich will nur auch ne Sniper haben Ja dann kannst du ja das 12 Da vorne ist ne Stadt Das ist schon mal etwas Du hast doch gesagt du hast du ein zwölfmal Ich hab Nein Ich hab nie gesagt ich hab ein zwölfmal Ich hab gesagt ich hab ein zwanzigfaches Was auf der Dings drauf ist schon Und Ich habe ein sechsfaches Okay Okay Sorry dass ich lebe Ähm Kishi wo bist du jetzt? Äh ich weiß es nicht Bei irgendeiner Stadt Und da sind zwei Zombies Und da ist ein Auto Welche Stadt Kishi? Ich habe keine Ahnung Oh man Ich mein Freddy und ich Findet uns ja wenigstens zurecht Ja wo soll ich das denn wissen? Ich kenn die Map noch nicht Ich spiel zum zweiten Mal Ja ich spiel auch erst zum zwanzigsten Mal Wir haben auch erst zum dritten Mal gespielt oder so Ja ihr findet euch jetzt schneller zurecht Ihr wisst doch Bescheid dass ich die Äh so ungefähr Die Zurechtfindung einer toten Katze habe Du hast die Orientierung eines Stück Scheißes Ne ein Stück Scheiß hat noch viel im Gegensatz zu mir Ne das fällt einfach ins Klo Das kriegst du auch hin Wenn du drauf hast Ne Ne Äh ich bin in irgendeiner Stadt Da ist anscheinend was zum Teufel Da sind zwei Autos übereinander cool Ich weiß in welcher Stadt er ist Okay Da ist auch Military in der Stadt Im Golfplatz oder? Ja Könntest du ihn abholen? Da sind so etwa 50 Zombies Freddy könntest du ihn abholen Ne Wollte mal arbeiten Ich muss ein Scheiß Zeug safen Okay wisst ihr was ich mach auf Warum willst du es safe? Es ist es 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 despawn doch sowieso nicht Despawn das nicht? Okay dann hole ich ihn ab Hä? Mein Golfschläger den ich gedroppt hab Ach den hast du gedroppt Ich dachte den hast du denn nur gesehen Ne Hä auch das Zeug was Das äh die spawnt auch nichts Das bleibt auch die ganze Zeit liegen bis du es aufsammelt glaube ich Den bist übrigens bei den Oculars gefunden Ich habe auch bei den Oculars gefunden gehabt Bei den Oculars ging ich auch in der Stadt zweimal rum oder so Ach du Scheiße Boah war das gerade knapp Ich hole Cash jetzt schnell mit dem schnellen Auto ab Oh ne Machete Will jemand ne Machete haben? Ne Arrows? Ja Cashy Ja Arrows sind für mich gut Ich guck mal kurz wie lange wir noch haben Ich auch Ich habe gerade einen Anruf gekriegt Das heißt ich muss nicht los Eine Minute Wir haben noch eine Minute Okay gut Eine Minute sind fünf Ich muss eh gleich los Dann hole ich noch schnell Cashy ab Und dann denke ich mal Macht Cashy noch ein Part alleine am besten Weil dann sind wir auf der gleichen Auf dem gleichen Content sage ich jetzt mal Dann ist ja genauso viele Parts wie wir Und ähm Wie gesagt ich muss gleich weg Ist das ein bisschen doof Oh Gott Ah danke noch mehr Zombies Da bin ich schon genug hinter mir Dann sollst du versuchen nicht an Zombies rein zu laufen Ja Kechi wo bist du jetzt? Bist du auf der Straße? Äh ich bin jetzt gerade in einem Haus gewesen Kechi geh auf die Straße Geh auf die Hauptstraße Von der aus man auch wieder nach Hause kommt Weiß nicht welche das ist Oh Gott Ich bin zwar mehr hinter mir Ich kann nicht schnell laufen Ich werde gleich tot sein Schon wieder Ja Und tot Wo bist du respawnt? Kann ich dir jetzt gleich sagen Moment Ach wieder auf dem Hügel Ist jetzt auch vorbei Auf welchem Hügel? Auf welchem Hügel? Ok dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss Ciao